Müssen plus Infinitiv. Setzen wir ein. Er muss es planen. Ich muss es schreiben. Er muss es zeichnen. Jemand muss es schicken. Sie muss es korrigieren oder Sie müssen es korrigieren. Sie muss es ändern oder Sie müssen es ändern. Er muss es beschreiben. Sie muss es kopieren oder Sie müssen es kopieren. Er muss es beschriften. Sie muss es veröffentlichen oder Sie müssen es veröffentlichen. Und noch einmal. Er muss es planen. Er muss es planen. Ich muss es schreiben. Er muss es korrigieren oder Sie müssen es korrigieren. Sie muss es veröffentlichen oder Sie müssen es veröffentlichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020